ok weiter geht's ich habe nichts neues bekommen ja okay kingdom hearts was geht oben okay da dann in ganz zeichen vergessen egal besiege die luftmeister sammle herzen gerne die herzlosen bedrohung bitte ist dass der boss verdammte scheiß okay in der wüste ja ein bisschen mit dem x auch die blumen habe ich vergessen zu zeigen egal demnächst okay scheiße ich weiß noch der box ist so ein fix war das ist so ein wichser von einem post luftmeister soll ich besiegen okay weil ich muss das männliche luftmeister finden ja da ist eine truhe die ich jetzt nicht holen kann weil ich ja nicht das passende item dafür habe kommt es mal irgendwie mal hoch danke dann kann das auch so versuchen aber jetzt nicht erhält sich nicht daran fest also bringt das nichts und ich weiß dass weil ich das schon öfters versucht habe und einmal kläglich gescheitert bin ist das der luftmeister okay wo ist der ey den müssen wir töten was zur hölle der ist so ein wichser wo ist der komm wieso greifst du diesen kleinen wicht an ich verstehe manchmal rock das echt nicht egal komm da ist eingefroren wartet okay weiter geht's dich muss ich auch noch besiegen oder was da sind ja gerade zwei von denen aufgetaucht wo noch also da wie viele von denen gibt es eigentlich so haben wir okay ach jetzt werde ich dir gleich einen ort kennenlernen wo wir eigentlich als erstes hin müssten wegen den herzlösen bedrohungen aber das kommt später das kommt später das kommt später erstmal muss ich mich hier leveln fast hätte ich die truhe da vergessen dann weiß ich wo die anderen truhen sind es geht glaube ich insgesamt von den fünf stück oder so von den komischen fliegenden Missgeburten okay wir sollen in die wüste seht euch mal dieses feld gleich an es ist riesengroß es ist verdammt nochmal groß und hier wird auch unser boss fight unser boss kommt finden stattfinden auf diesem scheiß gelände da könnt ihr euch schon vorstellen was für ein boss das ist ein riesen ein riesiger ein riesiger fucking boss so so hat zwar irgendwie mal treppen demix so unfähig dieser charakter hier habe ich schon zwei schatztum gefunden so hast du den anderen erledigt nein das kannst du ja nicht jetzt auch nochmal kannst du es ach komm ach ich freue mich eigentlich auch schon auf den boss der ist der sieht geil aus der kampf ist der dauert etwas dafür brauche ich einen extra part weil der kampf lange dauert und hast noch einen luftmeister wichser hier macht seine spezial angriff hier ok hier kommen keine oder aber da kommen schallamuten tangas so ich glaube es ich glaube es kommen noch zwei von denen glaube ich also von den luftmeistern demix brennt das ist mir so egal das ist dieses feld ist zu groß wird das noch eine truhe ach die eine truhe kann ich sowieso nicht also kriege ich sowieso nicht alles hier komplett kommst du mal hier her ok ok verdammt man ok einer noch noch einer von denen aber wo der ist keine ahnung jetzt muss ich denn suchen oder was wo kann da sein wo kann da sein verdammt das ist beschissen an diesem grad hier dass man jetzt dass man jetzt die gegner suchen muss aber dafür kommen noch andere tangas kommst du her danke ok ok vielleicht gibt es hier eins kann ja sein hallo luftmeister luftmeister wir rollen mal ein bisschen sand rum vielleicht kommt ja gleich eins kann ja sein hallo ich hasse das wenn man nicht weiß wo waren die ganzen gegner sind hallo wo seid ihr da er gedacht wo bist du das abzeichen das habe ich gar nicht gesehen das habe ich gar nicht gesehen wo kann das sein verdammte scheiße ich will jetzt nicht extra jetzt ganz eins suchen ok wir sehen uns wenn ich den gefunden habe ok habe ihn gefunden ihr seht wo ich ihn gefunden habe also ist kein problem dann ihn dann dahin zu finden immer ach komm erst mal diese tangos weg komm 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 kein bob mehr so geschafft hat echt lange genug gedauert wie so eine kack mission aber es wird noch heftiger aber ihr habt schon die stage gesehen wo wir ja gleich unseren boss bekämpfen werden also bekämpfen werden ich hab kein vorkauf euch ich habe euch schon vernichtet aber keine ahnung warum ihr wieder da seid aber egal ich akzeptiere es einfach ihr seid einfach da aber mir ist egal ja jetzt noch eine müssen bevor ich gegen den kämpfen muss funktioniert das schlüsselschwert noch ja jetzt ist alles gut das ist auch der letzte part für heute sehr schön ich brauche eine pause von dem spiel hier das verdanke ich alles dir und axel ist dann alles wobei bevor es schmilzt sie dir als sie die axel an ist ganz rot klappe so das haben wir dann auch vielleicht kriege ich ein level ab ja ich krieg ein level ab 1 2 und so tag 99 ok tag 99 luftballons 31.479 irgendwas ok los geht's bis siegen wir nein sammeln wir herzen sie besiege herzlos im schloss des bies und sammeln wir jetzt nimm dich vor den eiswürfel und schnellkristallen nach unterliegen sie mit feuer magie ach jetzt kommen diese verfickten tafel stufe erstmal wir brauchen eine stufe warte das momentan brauchen das eigentlich nicht weil wir haben nicht genügend taschen ok jetzt brauche ich feuer und paar äther 31 stück wir nehmen fünf stück speichern ab weil was jetzt kommt ist kacke diese bosse sind kacke wie komme ich auf bosse meine zufalls gegner mhm sammeln herzen ok los geht's ich glaube nach dieser mission mache ich dann cut oder ok sammeln herzen stand da wo können wir überall hin eigentlich schon alles oder ja das ist das beschissene was ob ich nicht genügend probleme habe du komm runter weg mit dir weg mit dir erstmal hier hin und alles zerstören ja ist klar ja das wird das wird länger dauern ja ich wusste es doch das wird verdammt nochmal länger dauern ja 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 ok wenigstens das hier ich sagte doch nach dem part brauche ich eine pause ja wenigstens einer von denen kommt jetzt nur ja ich hab keinen bock auf diese Eiswürfe. Und insgesamt, ich brauche Hilfe. Und das ist auf Profi auch noch. Deswegen ist es schwieriger. Und deswegen sterbe ich auch noch öfters hier. Okay, da komme ich ja später hin. Oh. Eta? Krank, ich die Schattenlösch an. Greif lieber den Hund an. So, hast du den? So, weg. Kommen wir auch noch Gegner? Herzlose und... Ja, nur Herz... Also, die Schattenlöscher, ja genau gesagt. Ach, Mann. Ich weiß jetzt schon, dass es kacke werden wird. Das wird kacke. 100% pro, das wird kacke. Und es gibt die auch jetzt in größerer Version. Und dann gibt es die auch noch in kleineren Versionen wieder. Ich töte die erst mal. Diese Viecher sind kacke. Komm zu mir, komm zu Papa. Du willst mich doch gerade natzen. Wie geht das eigentlich, dass du wieder dein Leben hast? Ich verstehe die Logik nicht. Abhauen. Abhauen. Komm runter. So, weg mit dir. Eta. Ach. Okay, so geht's. Deswegen habe ich Eta mitgenommen. Für so einen Fall. Boah. Wenn ich wegen solchen kleinen Pussy-Gegner sterben muss. Ja. Egal. Wenigstens sind diese Teile tot. Das reicht mir als genug Tug. Die Eisriffe sind schlimmer. Diese Börbelbrach bringen mir sowieso keine Herzen. Also ist mir auch egal, was mit denen ist jetzt. Aber jetzt kommt ein Gegner, der kacke ist. Ist er da? Okay, ich habe einen anderen Gegner erwartet. Der kommt dann später. Okay. Also ist es Hmm. Ich habe einen Legpar-Depalm. Dämpferen. Wie ist das? Dämpferen. Okay. Dann geht es. Dämpferen. Und dann geht es. Dann geht es. Der macht einen Rennen. Verdammt, Mann. Ey, was? So nicht gleich so. Ach, komm. Warum nicht gleich so verdammte Scheiße nochmal? Diese Aggression, die ich gerade so habe. High Potion. Der Feldfreigeber hat mir jetzt ein Feld eröffnet. Okay, Eisen ist überall, aber kann ich momentan nicht einsammeln. Okay, noch ein kleines Stückchen noch. Dann ist die ganze Kacke vorbei. Ja, das kommt hin, nach diesem Part. Ja, mir fehlen nur zwei Schatztruhen. Ah, da ist eine. Ich sehe die. Ach, komm. Jetzt ist es auch wieder... Jetzt hat es wieder sein volles Leben. Dieses eklige Teil. So, weg mit dir. Eisrezept. So. Okay, wir haben alles erledigt. Ich brauche eine Pause. Oder soll ich noch den nächsten Part machen mit dem Boss? Ich glaube, das mache ich jetzt noch gleich. Ich wollte eigentlich aufhören. Und ich mache im nächsten Part noch den Boss. Das dauert sowieso ein ganzer Part. Weil ich nicht mehr weiß, wie ich ihn besiegt habe. Doch, doch, doch. Ich weiß wieder. Ich weiß wieder. Man musste was in seinen schönsten Mund stopfen. Mal drei und so. Okay, das haben wir dann auch. Tag 100. Okay. Okay. Und. So. Speichern wir das mal ab. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir gegen den Boss kämpfen in Agrabah. Für mich zum Scheren wir uns das gerne in dieадц próxima, dann gehen Sie nach. Tschüss. Däun. Ver. Deine bitte. Ja. Ja. Du letzte.